Hallo bei Nördfallmedizin. Ich habe wieder eine EKG Quickie für euch mitgebracht und schaut euch mal bitte dieses EKG an. Der Fall dazu, das ist ein 70-jähriger Patient, der wird mit Atemnot bei Belastungen gebracht und beim Hausarzt ist schon aufgefallen, dass er eine Tachycardie hat. Vom Notarzt hat er bei stabilen Kreislaufverhältnissen 2 x 5 mg Metapolol bekommen, ohne dass es die Frequenz verändert hat. Der Blutdruck ist ein bisschen runtergegangen, aber der Patient macht jetzt keinen schockigen Eindruck. Was sehen wir? Wir sehen schon auf den ersten Blick eine Breitkammerkomplex-Tachycardie mit einer Herzfrequenz von ungefähr 150 pro Minute und sehen keine offensichtliche P-Wellen. Ja, die Brustwandableitungen zeigen eine Rechtsschenkelblock-Morphologie und auch da sehen wir keine sicheren P-Wellen. Also zusammengefasst, eine Breitkammerkomplex-Tachycardie und da wissen wir, zu 80 Prozent der Fälle ist es eine VT. Die Differenzialdiagnose ansonsten wäre eine supraventrikuläre Tachycardie mit einem vorbestehenden Schenkelblock oder einem funktionellen Schenkelblock einer Aberranz wegen der hohen Frequenz, dass ein Teil vom Reizleitungssystem eben refraktär ist. Oder, das sind die Exoten, dass ein Schrittmacher da beteiligt ist. Manchmal sieht man die Speichs ja nicht so gut, wenn der Schrittmacher bipolar eingestellt ist. Oder aber, fast noch seltener, dass es die Leitung Antigrad über ein akzessorisches Bündel, wie zum Beispiel beim WPW-Syndrom wäre und dadurch eben die breiten QRS-Komplexe entstehen. Wenn der Patient älter ist, wie bei uns, oder das wäre noch besser für die Prädiktion, wenn er eine KHK, einen Herzinfarkt, vorbekannt hat oder eine Herzinsuffizienz, dann steigen so diese 80 Prozent Vortestwahrscheinlichkeit schon auf 90, 95 Prozent, dass es eine ventrikuläre Tachykardie ist. Bevor ich euch das EKG jetzt nochmal genauer erkläre, möchte ich noch eines erzählen, was so Pitfalls sind. Pitfalls sind, dass man sagt, der Patient ist so stabil, das kann schon keine VT sein. Stimmt nicht. Der Patient ist nicht so schnell, weil manchmal sind auch VTs nur so 100, 110, 120 pro Minute, vor allem wenn der Patient unter Antiarrhythmika steht. Auch das dient nicht zum Ausschluss einer ventrikulären Tachykardie. Dann muss man sagen, der Patient muss nicht stabil bleiben. Der kann jederzeit hämodynamisch dekompensieren oder aber in eine schnellere VT oder Kammerflimmern degenerieren. Und ein anderer Pitfall ist, der letzte jetzt, wenn ihr euch eine Ableitung raus sucht, hier zum Beispiel V4, dann schaut es durchaus wie ein schmaler QRS-Komplex aus. Und ihr müsst wirklich alle Ableitungen anschauen, dass ihr auch sicher sein könnt, hey, das ist eine schmal- oder eine breitkammerkomplexe Tachykardie. Hier sieht man es in V1 sehr schön, wie breit er ist. Und V4, da könnte man, wenn man das am Monitor sieht, durchaus denken, naja, ist vielleicht schmal. Okay, wenn man sich das anschaut, dann hat erster Eindruck, der Vektor ist total ungewöhnlich. Und wenn entweder 1 oder AVF komplett negativ sind, hier ist 1 komplett negativ, dann spricht das schon mal für eine VT. Oder anders ausgedrückt, wenn AVR eine positive initiale R-Zacke hat, dann ist der Vektor eben extrem abwegig im No Man's Land. Und er spricht sehr stark für eine Ventrikulär-Tachykardie. Das würde mir jetzt eigentlich schon reichen. Aber natürlich gibt es Kriterien, Algorithmen, die man anschauen kann, Brugada-Algorithmus, Weretzky-Algorithmus, all die sind jetzt wenig praxistauglich für die Akutsituation. Da muss man irgendwelche Zeitabstände messen und man sucht halt einzelne Parameter, die hochspezifisch für die VT sind, aber sehr, sehr selten. Eines dieser Kriterien, das sieht man hier sehr schön, ist bei Rechtsschenkelblock-Morphologie, dass der linke Schenkel, man sagt auch das linke Hasenohr, eben höher ist als dieser rechte Schenkel. Und das spricht eben für eine VT. Ebenso spricht dafür, dass man in V5-6 nur komplett negative QS-Komplexe hat. Das ist ebenfalls typisch für eine Ventrikulär-Tachykardie. Sprich, der erste Eindruck war, rein von Anamnese, VT, bei älteren Patienten schon mal hochwahrscheinlich. Der Vektor, AVR, war schon mal ein Kriterium, was dann noch mal deutlich dafür gesprochen hat. Und mit diesen genauen Morphologie-Kriterien konnte man sich also wirklich sicher sein, dass es eine Ventrikuläre-Tachykardie ist. Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal Amiodarom gegeben, 300 Milligramm. Und dann ist das passiert, wo mich auch überrascht hat. Der blieb erst noch stabil und wurde dann auf einmal so instabil, ohne dass sich der Rhythmus geändert hat. Hat er letztendlich eine pulslose elektrische Aktivität bekommen und musste dann notfallmäßig defibrilliert werden. Hat danach einen sofortigen Rost gehabt. Also niemals unterschätzen, die VT kann jederzeit dekompensieren. Ja, das wär's mal wieder mit einem EKG-Quickie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fragen jederzeit an Nördfallmedizin. Die werden dann vor allem die schwereren an mich weitergeleitet. Und wenn es euch gefällt, teilen und liken. Tschüss! Musik 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 Musik